Tag 726. Heute gibt es viele verschiedene Meldungen aus dem Raum Orichiv und Avtivka. Zunächst einmal haben die russischen Streitkräfte im Raum Orichiv mehrere Angriffswellen auf die einzige Siedlung innerhalb des Brückenkopfes gestartet. Die Ostgruppe der ukrainischen Streitkräfte erklärte, dass sie einen russischen Angriff, der aus einer ziemlich großen Anzahl von Soldaten und etwa 30 Panzern und gepanzerten Kampffahrzeugen bestand, zurückgeschlagen haben. Was mit zahlreichen russischen Angaben übereinstimmt, wonach die russischen Streitkräfte erneut Offensiven in dieser Region durchgeführt haben. Den geolokalisierten Aufnahmen zufolge setzten die russischen Streitkräfte in großem Umfang Streumunition ein, um die Erstimmung und Überwindung der Baumreihen vorzubereiten und schickten dann eine Angriffseinheit nach der anderen. Die Ukrainer beschlossen, die Angreifer mit Drohnen und Panzerfäusten zu bekämpfen, wodurch die russischen Angriffe extrem ungeordnet abliefen und die Einheiten in mehrere Teile zu fielen, von denen jeder tat, was er wollte. Einige beschlossen zu fliehen, andere versuchten sofort, Schutz vor dem ukrainischen Feuer zu suchen und wieder andere setzten den selbstmörderischen Angriff allein fort. Was die Situation für die Russen noch schlimmer machte, war die Tatsache, dass sie 80 Jahre alte T-55-Panzer mit schlechtem Drohnenschutz und schwacher Wannen- und Turmpanzerung erhielten. Russische Militäranalysten versuchten, diese peinliche Offensive als Aufklärungsoperation darzustellen, was jedoch nicht zutrifft. Die Anzahl der eingesetzten Kräfte und die Tatsache, dass diese Angriffe praktisch aus dem Nichts heraus erfolgten, nachdem die Frontlinie in Avtivka zusammengebrochen war, lassen darauf schließen, dass die Russen versuchten, eine möglicherweise mangelnde Abwehrbereitschaft der ukrainischen Soldaten auszunutzen. Dennoch verkündeten einige russische Quellen zu früh einen Erfolg und behaupteten, dass russische Soldaten in das Dorf eingedrungen seien. Gleichzeitig riefen andere russische Quellen dazu auf, diese Information nicht weit zu verbreiten, da die Russen, die in den Ortsrand eingedrungen waren, nicht die Verteidigung durchbrochen hatten, sondern nur das Glück hatten, nach dem desaströsen Angriff einen Unterschlupf zu finden und zu überleben. Und solche Nachrichten ermutigten die Ukrainer, die Häuser am Ortsrand zu kontrollieren. Und sie hatten Recht, denn kurz darauf veröffentlichten die Ukrainer mehrere Videos von sich ergebenden russischen Soldaten. Was Avtivka betrifft, so hat der jüngste ukrainische Rückzug den russischen Streitkräften einen enormen moralischen Auftrieb gegeben. Und sie begannen mit dem Angriff auf die nächste ukrainische Verteidigungslinie in dieser Region. Die wichtigste ukrainische Verteidigungslinie befindet sich auf der anderen Seite des Flusses. Und die ukrainischen Streitkräfte sind sich im Moment noch unsicher, ob es sinnvoll ist, die Verteidigung in diesen vier Siedlungen aufrechtzuerhalten. Die russischen Streitkräfte versuchen dies auszunutzen und die ukrainische Verteidigung mit kleinen Infanteriegruppen zu durchbrechen. Das ukrainische Kommando hat bereits neue Einheiten an die Avtivka-Front entsandt, um einen Gegenangriff auf die vorrückenden russischen Kräfte zu starten und einen Evakuierungskorridor für die aus Avtivka abziehenden ukrainischen Einheiten zu schaffen. Nach Angaben des Institute for the Study of War sind diese neuen Einheiten wahrscheinlich in der Lage, Verteidigungspositionen gegen die durch die Angriffe auf die Stadt geschwächten russischen Truppen einzunehmen und zu halten. Es sei gängige Praxis, Verstärkung heranzuführen, um als Auffangtruppe zu fungieren, die es abziehenden Einheiten ermöglicht, sich hinter vorbereiteten Verteidigungsstellungen neu zu formieren. Das Institute for the Study of War wies auch darauf hin, dass die verfügbaren Bilder, die zum jetzigen Zeitpunkt zur Wahrung der operativen Sicherheit der Ukraine weder präsentiert noch näher beschrieben werden können, darauf hindeuten, dass die ukrainischen Streitkräfte westlich von Avtivka gute Verteidigungsstellungen vorbereitet haben. In dem Versuch, die Dynamik aufrechtzuerhalten, begannen die russischen Streitkräfte mit dem Abwurf von Bomben aus der Luft, wie sie sie auch innerhalb der Stadt einsetzten. Während der Schlacht um Avtivka scheinen die russischen Streitkräfte vorübergehend eine zeitlich und örtlich begrenzte Luftüberlegenheit erreicht zu haben und waren in der Lage, die Bodentruppen in den letzten Tagen ihre Offensivoperation aus der Luft zu unterstützen. Wahrscheinlich das erste Mal, dass russische Streitkräfte dies in der Ukraine geschafft haben. Da sich die Frontlinie jedoch nach Westen verlagerte, mussten die russischen Jagdbomber zwangsläufig bis zu 10 Kilometer näher an die Kontaktlinie herankommen, um die nächste Verteidigungslinie zu erreichen. Zum Unglück für die Russen war dies ein fataler Fehler, denn umgehend verloren die Russen ihre Flugzeuge in großer Zahl. Vor zwei Tagen schossen die ukrainischen Streitkräfte, berichten zur Folge drei russische Kampfflugzeuge ab. Zwei SU-34 und eine SU-35. Zunächst versuchten russische Quellen, diese Meldungen abzustreiten, doch dann veröffentlichte der ukrainische Luftwaffenkommandeur Satellitendaten, die die Standorte der abgeschossenen Flugzeuge bestätigten. Heute hat die ukrainische Luftwaffe zwei weitere Jagdbomber abgeschossen, womit sich die Zahl der zerstörten Flugzeuge auf fünf erhöht hat. Diesmal gab es keine Spekulationen über die Zerstörung der Jets, da es Anwohnern gelang, die letzten Momente ihres Fluges mit der Kamera festzuhalten. Der Befehlshaber der ukrainischen Luftwaffe veröffentlichte erneut Satellitendaten, die die Zerstörung der Flugzeuge bestätigen. Interessant ist, dass das russische Verteidigungsministerium sich weigerte, zuzugeben, dass westliche Flugabwehrsysteme in der Lage sind, ihre Flugzeuge abzufangen und diese fünf Vorfälle als Unfälle durch Friendly Fire abtat. Selbst russische Quellen warfen die Frage auf, ob es in letzter Zeit nicht verdächtig viel Friendly Fire gegeben habe. Einige Militäranalysten kamen zu dem Schluss, dass die Ukrainer mehr Flugabwehrsysteme in die Region gebracht haben, um den Rückzug zu decken, während andere behaupteten, die Russen hätten nicht bedacht, dass sich die Frontlinie verschoben hat und dass es eine sehr schlechte Idee war, so nahe an die Kontaktlinie heranzurücken, ohne die ukrainische Flugabwehr tiefer nach hinten zu treiben. Unabhängig davon, ob die russischen Streitkräfte kurzfristig die lokale Luftüberlegenheit wiederherstellen können, wird die russische Infanterie weiterhin versuchen, das Gebiet vor Avtivka aufzurollen und die Ukrainer hinter den Fluss zu drängen. Die Schlüsselfrage ist, was als nächstes passieren wird. Wird die Frontlinie noch weiter einbrechen? Was ist das nächste Ziel der russischen Offensivoperation? Können die russischen Streitkräfte diese Offensive sofort starten? Und wo können die Ukrainer den russischen Vormarsch stoppen und den Schwung brechen? Genau diese Fragen analysieren und beantworten wir in unserer exklusiven strategischen Analyse, die wir Sonntag veröffentlicht haben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis Donnerstag. Vielen Dank. Vielen Dank.